einen wunderschönen guten tag liebe leute ja heute geht es um das video hier ihr seht hier schon viele Sachen rumliegen natürlich wir gucken uns zuerst mal das hier an ja ich habe ein kleines projekt vor dieses projekt stelle ich euch auch mal vor das heißt ihr seht das dann auch und das hier sind Kabel und wenn ihr seht das sind ganz schön dicke Kabel das ist 25 Quadrat Millimeter und das hat M6 auf beiden Seiten das benutzt man hauptsächlich für Batterieverbindungen Wechselrichter Anbindungen also was mit hohen Strömen das wird das Kabel später auch können nämlich richtig Strom Gleichstrom mit bis zu 50 Ampere fließen hier mal später drüber und das sind 50 Zentimeter und 25 Quadrat H07 VK also das ganze Male in der Farbe schwarz und rot natürlich für Plus und Minus genau okay dann haben wir das erste schon mal durch ja ich habe noch eine Kleinigkeit hier das ist jetzt nicht für meine Projektsache das ist für mein Elektrofahrt habe ich mir auch gekauft das sind Abdeckkappen für diese drei Kontakte die ihr unten bei E-Bikes manchmal habt kommt jetzt darauf an welcher Firma ihr das habt aber das ist jetzt für meins für den Yamaha Rahmenmotor Mittelmotor mit die Pins die gucken oben raus da kommt der Akku drauf und da steckt ihr drauf wenn ihr euer Fahrrad zum Beispiel auf der Dings hinten mal drauf habt weil da sollte nicht so immer Wasser dran kommen Kontaktschutz das ist halt ein ganz einfacher Kontaktschutz ich habe das ganze auch noch mal als anderen Kontaktschutz bestellt und nicht wundern die Lampe da hinten hat schon wieder einen Knall bei mir die geht mich an und aus ja hier ist noch so ein anderer Akkuschutz so sieht der Akku nämlich auch aus das deckt dann hier quasi komplett ab nämlich zum putzen das ist zum wenn ich bei meiner Arbeitsstelle bin dann kommt das da drauf ja ich will euch nicht zu lange auf den Folter spannen was jetzt noch kommt ja was kommt jetzt hier wir machen noch ein kleines Rufio hier drin nämlich von der UNT von der UNIT das sind die digitale Stromzange das ist die OT 203 plus eine digitale Stromzange mit RMS Technik wie ihr sehen könnt bis 600 Volt bis 400 Ampere AC und DC Strommäßig ihr müsst aufpassen nicht alle diese Zangen können auch DC messen nur die beiden hier hinten können glaube ich DC die davor können das nicht ich wollte nämlich die davor kaufen aber auch das damit könnt ihr zum Beispiel solche Kabel messen die macht ihr hier drum zeige ich euch gleich nochmal und dann könnt ihr messen was in dem Kabel fließt ohne das Kabel auftrennen zu müssen ist ganz schön ähm machen wir das mal auf ne aber gucken wir uns erstmal die Verpackung an natürlich hier hinten bekommt ihr nochmal eine ähm kleine Übersicht was die Zangen so können ihr habt jetzt einmal die äh 304 plus und die 404 plus hier haben halt nur unterschiedliche Ampere stärken bei der Größen könnt ihr dann auch nochmal äh Volt äh Kratzer messen und ihr könnt einen Live Neutralleiter messen machen ich weiß nicht was genau ist aber ihr könnt irgendwas mit dem Neutralleiter machen das könnt ihr bei der kleinen nicht diese beiden Optionen aber sonst hat die kleine alles die Messspitzen sind auch ausreichend lang und ihr bekommt eine Tasche mit geliefert ja das könnt ihr bei der anderen glaube ich nochmal machen genau ähm und auf der anderen Seite natürlich wieder genau dasselbe wenn ihr sie aufmacht dann habt ihr da drinnen ähm eine Tasche diese Tasche könnt ihr rausziehen Entschuldigung so hier ist dann einmal eure Tasche schön verpackt hier drinnen wenn ihr die aufmacht die war schon mal offen möchte ich jetzt gleich von Anfang an sagen aber die habe ich so eingepackt wie ich sie vom ungefähr bekomme ihr habt da einmal eine Bedienungsanleitung die Leute die vielleicht nicht so ganz genau wissen wie die Funktionen funktionieren die werden euch hier beschrieben Batterien waren bei mir jetzt schon drin und hier bekommt ihr dann nochmal so genaue ähm Angaben was ihr mit der Zange so machen könnt ihr könnt damit so einiges machen ungefähr sowas wie mit dem Ultimeter nur habt ihr halt die Vorteile dass ihr hier quasi eine Zange habt und damit quasi Kabel umzingeln könnt und dann die Ströme in den Kabeln messen könnt hier werden euch dann nochmal die Symbole beschrieben das ist zum Beispiel DC das ist AC und so weiter da bin ich jetzt nicht der Spezialist ich bin kein Elektriker ähm gut dass es nochmal klar ist und hier unten kriegt ihr beschrieben ihr dürft niemals beide Leiter gleichzeitig wenn ihr N und L da reinpackt dann nicht machen nur den L da reinpacken dann funktioniert's so seht ihr es hier beschrieben genau und dann könnt ihr natürlich wieder mit den Messspitzen hier so sagen wir es mal so einiges machen ähm aber ihr wisst die kleine kann das nicht also diese Funktion kann dann nur die 202 und die 204 meine ich also das müsst ihr genau mal gucken aber das seht ihr auch gleich das war jetzt mal die Bedienungsanleitung dann bekommt ihr also eine schöne Tasche in der Tasche habt ihr ein Fach natürlich braucht ihr auch Zangen quasi aber ihr braucht auch die Messspitzen das sind die Messspitzen machen ausreichend gute Qualität das sind richtig dick eigentlich sogar im Vergleich zu meinen anderen die sind nämlich total dünn ja das Kabel ist super biegsam also das ist hier auch nochmal super gut und ich glaube das Kabel ist einen Meter lang also mal für so ein bisschen dass ihr so ungefähr seht ich guck mal ob ich euch das zeigen kann so also es ist relativ lang dann bekommt ihr vom Hersteller noch solche Kappen diese könnt ihr runterpacken und dann gucken wir uns mal heute die Zange nochmal an kurz die möchte ich euch nämlich ganz gerne mal vorstellen nämlich die hier das ist eine Ampere Zange sozusagen ein Multimeter mit Zangen hier oben packt ihr euer Kabel durch und äh ungefähr zeige ich euch das mal wie das funktioniert dann wie ihr das vielleicht kennt wenn ihr jetzt ein Kabel habt dann packt ihr das Kabel hier zack so rein und das macht ihr nur mit dem Plus Kabel und dann könnt ihr jetzt hier quasi messen dann seht ihr hier die Zange zeigt jetzt was an hier könnt ihr dann zwischen AC und DC wechseln dann müsst ihr darauf achten momentan hätten wir zum Beispiel DC jetzt hätten wir AC wenn ihr den Knopf länger drückt dann wird euch ein Display und dann könnt ihr hier zum Beispiel die Funktion Halt wenn ihr das einmal kurz drückt dann wird eure quasi Anzeige gestoppt hier könnt ihr minimal maximal und hier hättet ihr wie gesagt das ähm dann habt ihr Select da schaltet ihr halt wie gesagt zwischen den Modus und hinterher dann könnt ihr jetzt zum Beispiel die Herzzahl messen irgendwas mit Prozent dann könnt ihr jetzt hier schalten hier könnt ihr jetzt ganz einfach mal das Kabel durchmessen äh Ohmentests Diodentests oder irgendwas mit NF Test das kann ich dann nicht sagen was das ist genau genau und die Zange hat auch noch eine kleine Besonderheit wenn ihr jetzt ein Kabel habt und ihr wollt wissen ob Strom drauf ist dann könnt ihr das mit der Funktion hier oben machen ich weiß nicht ob ihr das gehört aber die Zange fängt dann an zu piepen und dieses komische Symbol hier blinkt ich guck mal ob ich euch mal ein Stromführendes Kabel kurz zeigen kann das funktioniert natürlich auch nicht mit 12 Volt Leitung habe ich schon mal ausprobiert also kommt nicht auf diese Idee das funktioniert nämlich bei der irgendwie nicht ähm außerdem was noch zu sagen zu der Zange ist die geht angeblich nach 15 Minuten automatisch aus wenn ihr sie nicht auf Aus stellt und natürlich wenn ihr hier irgendwas umstellen also so sieht das halt aus wenn ihr jetzt quasi einen Kabeltest machen wollt ihr haltet euer Kabel hier oben gegen und dann schaltet ihr quasi dann sieht das so aus dann piept ihr halt ganz schnell signalisiert ihr euch dass da Strom drauf ist ja und dann könnt ihr hier zwar 400 Ampere messen quasi Wechsel und AC und DC halt wie gesagt mit dem Schalter umschalten immer dran denken das Ergebnis könnte nämlich dann falsch sein und hier nur bis 40 Ampere und dann habt ihr wie gesagt nochmal dasselbe für DC mit Strom messen und für AC habt ihr natürlich noch die Frequenz die ihr messen könnt wenn ihr halt die Frequenz wollt und dann schaltet das hier mit natürlich aus Folie ist natürlich auch noch vom Hersteller drauf so jetzt nicht mehr genau und dann könnt ihr die Zange hier wieder reinpacken ach nochmal zu den Batterien ganz kurz das Batteriefach ist hier hinten und laut Information 2 x 1,5 Volt Batterien mit 3 x A also triple A bekommt ihr aber meines Erwissens mitgeliefert waren sie schon drin verbaut und mit dabei ja mit den Zangen könnt ihr natürlich Herzzahl messen Volt messen und so weiter das müsst ihr natürlich arbitratorisch mit den Zangen hier mit den Dings machen und wenn ihr das natürlich nicht mehr braucht vielleicht packt ihr die Stopfen da rein die sind ganz praktisch denke ich mal und dann macht ihr das Kabel ganz wieder zusammen wie ihr es so kennt Ordentlichkeit in der Werkzeugkiste ist natürlich zu wahren dann packt ihr das hier so rein dann stopft ihr das hier in der Tasche wieder rein so jetzt könnt ihr das wieder zuklappen und dann habt ihr eine vernünftige Tasche das zu meinem neuen Herzstück für mein Projekt ich sag euch auch nicht was es ist weil das Projekt könnt ihr euch aber vorstellen das ist auch nicht wenn ihr jetzt die fetten Kabel gesehen habt ihr braucht ja nicht hin spekulieren dass da wirklich tausende Amperes fließen das ist nicht viel aber hat was mit dieser Sache zu tun jetzt kommen wir nämlich zu dem Thema was ist es denn ich spoilern ein bisschen vielleicht schon aber vielleicht wollt ihr es ja wissen das hier kennt ihr vielleicht was das sein könnte nämlich ein Solarmodul das ist ein China-Modul sozusagen mit genau was habe ich damit denn vor ja das sage ich euch auch noch nicht ich zeige euch nur die Module mal aber ihr könnt euch schon mal in die Richtung ahnen was es sein könnte nicht mit der Solaranlage das sage ich jetzt glück und klar es hat nichts mit der Solaranlage zu tun aber es ist in die Richtung wie gesagt wartet auf das Video dann wisst ihr was ich vorbefinden das ist schon ganz witzig ja wie gesagt ihr habt hier ein Modul mit USB-Ports und einem Type-C-Anschluss einer kleinen Diode und einem Hohlbuchsenausgang an diesen Hohlbuchsenausgang könnt ihr jetzt euer Auto laden ja oder ihr könnt da mit Kroko-Klemmen arbeiten zeige ich euch auch gleich mal weil ihr würdet wahrscheinlich brennend interessieren was in dem unteren Karton drin ist so machen wir das mal auf das untere Kartonchen würde ich sagen jetzt wollte ich euch mal nicht so lange auf die Folter spannen so einmal für die Leute die vielleicht wissen wollen wie sowas dann auch geliefert wird nämlich ein weiteres Ulam-Ghul wie können wir es denn jetzt schon ahnen nämlich wieder eins nochmal dasselbe Leute also für die die wissen wollen es ist ein monokristallines 80 Wattpanel laut Info ähm Masse 28 x 28 cm Spannung mit 18 Volt arbeitet das Modul das ist eine Modul-Spannung und ähm da könnt ihr ausrechnen was das ungefähr sein sollte das sind dann ungefähr 3 Ampere was bekommt ihr noch mitgeliefert so einen Adapter ja hier der ist schlecht aber in dem anderen war noch Type-C und sowas mit dran hier ist nur Micro-USB und Mini-USB und so ein scheiß Quatsch dran auch keiner schmeiß ich gleich weg interessiert mich nicht mich interessieren dann eher die Kabelchen hier drinnen so wollen wir mal gucken was wir denn hier Nettes so drinnen haben wir haben natürlich eine chinesische Bedienungsanleitung oder für die die Englisch können glaube ich könnten sich hiermit dann auch anfreunden ja gut ist nix besonderes weg damit ja hier habt ihr natürlich dasselbe nochmal ein Kfz zu Hohlbuchsen ist nix besonderes gut die Gabel die werde ich so auseinander bauen da werde ich mir wahrscheinlich ein paar Adapter draus bauen ähm mich interessieren die hier ganz gut das sind Krokoklemmen aber nicht die Klemmen an sich sondern das Kabel interessiert mich das hier ich werde die Stecker natürlich abschneiden ich habe da was anderes ähm jetzt kommt ihr nicht mit billig China Ladereglern nein auch einen guten und wie gesagt äh genau was es sein wird sag ich euch gleich sag ich euch jetzt nicht in diesem Video braucht ihr nicht drauf denken dass es so kommt aber ihr werdet schon wahrscheinlich ganz schön gestaunt sein was ich vorhabe ja an Technik und das könnt ihr nirgends so kaufen das wette ich mit euch das könnt ihr nicht fertig so kaufen das was ich auf die Beine stellen will aber ihr könnt euch schon mal ahnen es geht um zwei Solarpaneele hier seht ihr das ist nochmal das zweite und wenn ihr mal genau hinguckt das sind noch als Sack dieselben Module bei einem ist die Folie blöd drauf geklebt ähm ja und die Wechselrichterkabel quasi haben damit auch was zu tun genau und ja genau das waren dann so die Teile die ich bekommen habe die ich euch vorstellen kann das war meine Bestellung ah wartet mal ganz kurz hab ja noch was vor die ich auch noch nicht gezeigt habe und zwar das hier jetzt könnt ihr euch ungefähr mal drauf äh ungefähr sehen was ich für einen Gepäckträger habe ich ja von Ragtime einen Gepäckträger Gepäckträger das ist ein Snap-It Adapter das ist das Snap-It 1 Adapter der quasi der etwas ältere das ist bis ein 12 Kilo Gewicht zugelassen und den könnt ihr jetzt hier quasi auf euren Gepäckträger drauf packen und dann könnt ihr da Körbe Taschen drauf packen sehr sehr nützliches System wenn ihr das jetzt habt achtet auf eure Version es gibt nämlich auch eine 2.0 Version die hat diese die hier nicht mehr die könnt ihr verstellen mit dem Schraubenschlüssel nach rechts und links jeweils kommt darauf an dass ihr einen Gepäckträger habt das rasset vorne ein da könnt ihr noch ein Schloss für kaufen das sitzt dann hier oben drin dass euch das niemand klauen kann und dann habt ihr hier quasi eine kleine Bedienungsanleitung können ich will es aufmachen ich muss das jetzt gerade blenden was hat das gekostet 18 Euro hat das gekostet noch mal kurz zu den Modulen was haben die gekostet pro Stück für 20 Euro und bei einem war auch ein Laderegler mit dabei und den habe ich aber nicht mehr in Verwendung weil das ist China Mist nichts gegen die China Kram manchmal ist sowas gut aber das ist wirklich Mist lasst da auch bloß die Finger von sowas weg genau das ist euer Manuel Bedienungs Montage Anleitung für die die vielleicht wissen wollen hier seht ihr zum Beispiel könnt ihr hier so Körbe drauf packen sowas ihr halt wollt und ist ab dem Modelljahr 2012 bis 2019 meine ich genaue Infos entnehmt bitte der Webseite hier seht ihr nochmal das hier heißt Ragtime das ist ein Snappet Adapter so wenn ihr das so sucht müsst ihr das finden und damit bekommt ihr quasi 4 Schrauben und 4 Unterlegscheiben warte mal ich guck mal nach ja und dann euren Adapter euer Adapter der kommt natürlich so auf den Gepäckträger drauf dass es so rum ist hier montiert ihr eure Sachen drauf wie ihr so braucht und hier mit den da braucht ihr schon Schlüssel also geht gut eng also geht gut da müsst ihr mit dem Schlüssel könnt ihr mit dem Ring Maulschlüssel oder Maulschlüssel zack einmal drehen nach innen ist jetzt auf der äußersten Stellung ist Kunststoff das kann ich euch jetzt schon mal sagen das sieht aus wie Kunststoff ist Kunststoff ja also ist alles Kunststoff soll bis 12 Kilo gehen für mein Projekt reicht es das wie ich nämlich nur 8 Kilo das Projekt und ja auch da das ist auch fürs Projekt jetzt habe ich euch wahrscheinlich komplett durcheinander gebracht gerade Solarzellen und jetzt das jetzt könnt ihr euch ungefähr ahnen was für eine blöde Idee ich schon im Kopf habe aber gut ja das ist auf jeden Fall die Sache von Ragtime ist ein sehr gutes Schnellträgersystem und ja kostet dann rund 18 Euro bei Ebay die Solarmodule haben halt wie gesagt 20 der Messgerät hat 40 Euro gekostet 46 Euro die Kabel haben pro Stück 50 Zentimeter lang dann einen Preis von 16 Euro also knapp 17 Euro gehabt und ich kann bei den Kabeln echt nicht meckern über die Qualität ich glaube das macht einen ganz guten Eindruck ich habe jetzt nur eine ganz ganz leichte Schramm am Kabel entdeckt die ist aber nicht wirklich schlimm das kann wahrscheinlich hier vom Herstellen nur sein wie gesagt das ist ganz normales H07VK wird auch in Unterverteilungen verwendet und so weiter kennt ihr halt eben oder auch mal in Flexleitungen vielleicht das kann ich nicht genau sagen aber das könnt ihr ja so halt fertig kaufen oder euch das selber machen ich konnte es jetzt nicht selber machen weil ich die Zange leider nicht besitze weil das hier sind wirklich anständige Kabelschuhe guckt euch den Stärke mal an das ist richtig was edles sozusagen das ist vernünftig hier gemacht der schrumpft da immer noch was im Schrumpfschlauch drum das sieht schöner aus das empfehle ich auf jeden Fall auch wenn ich nicht wirklich viel Ahnung von Elektrik habe das finde ich auch super wichtig ihr könnt ja nämlich dran packen oder die können mal zusammen kommen böse die sind ja hier komplett metallend das finde ich super gemacht und hier vorne packt ihr eure Schrauben dann quasi dran hm genau könnt ihr es aber selber machen ist günstiger aber ihr braucht halt diese Zange und die ist richtig teuer die Zange wenn ihr euch eine anständige kauft die könnt ihr locker 300 Euro für den Tisch legen genau ja wie gesagt schön biegsam ist es nicht mehr es ist halt 25 Quadrat aber gut ach gut kann man sagen biegt sich noch ganz gut ist halt 25 Quadrat und nimmt man 25 Grad Stahl in der Hand dann wisst ihr aber wie das tut ich habe es nämlich schon gehabt ja ich weiß wie dick das ist und wie schwer das ist also ich durfte selber schon mal so eins in der Hand halten das ist ein Klopper genau das kriegt dann nicht so einfach gebogen das ist schon anstrengend genau und was habt ihr noch drin bei den Solarmodulen dann hier so 4 Saugknöpfe für äh an die Scheibe bappen sind nämlich normalerweise KFZ Module sozusagen und ja genau jetzt komme ich mal zu dem Ende des Videos das war dann so alles was ich euch zeigen konnte wollte und gezeigt habe ähm ja dann wisst ihr jetzt ungefähr schon ihr braucht doch nicht in den Kommentaren ich beantworte wie gesagt nichts auf diese Frage was mit den Solarmodulen passiert und was damit passiert also es gibt keine beantwortende Fragen es gibt auch keine Tipps in die Richtung ihr müsst euch da überraschen lassen und müsst dann auch warten wie gesagt ungefähr werdet ihr da drei vier Wochen fünf vielleicht auch zehn Wochen ich sag euch mal ganz ehrlich ich kann es euch nicht sagen weil ihr bekommt manchmal noch Videos aus 2019 20 also ich produziere sehr viel vor und habe dann sehr lange Videos also das müsst ihr wie gesagt verstehen ich produziere immer sehr viel vor und das ist halt so genau an der Stelle sag ich dann auf Wiedersehen freue mich wenn euch das Video an der Stelle gefallen hat wünsche euch dann noch einen angenehmen Tag und freue mich wenn euch das Video gefallen hat lasst gerne einen Daumen nach oben da könnt ihr ja gerne mal ein Abo auch da lassen wenn euch das wenn mein Kanal euch gefällt könnt ihr euch mal angucken und wenn ihr irgendwelche Anregungen Probleme oder was zu meckern habt immer gerne in die Kommentare unten rein ich antworte immer so schnell wie es geht und freue mich auch wenn euch das Video gefallen hat sagt gerne was aber bleibt trotzdem sachlich und nett zueinander keine Beleidigungen und so weiter ihr kennt es gut dann sag ich auf Wiedersehen Leute Tschüssi